hey leute habt ihr schon das neue menü am alchemie tisch gefunden nicht oder vielleicht doch aber ihr wisst nicht so genau bescheid dann bleibt dran ich zeige euch das mal eben und zwar geht man einfach an irgendein alchemie tisch zum beispiel in eurer kanne der vergänglichkeit wenn ihr es gekräftet habt oder in mondstadt oder in die einfach irgendwo hin dann wählt man das menü hier oben rechts aus und dann werden einem hier vier artefakt boxen vorgeschlagen die man sich bauen kann also man kriegt jeweils ein artefakt aus so einer box indem man drei andere feister artefakte sponsert wir wollen uns das jetzt einmal anschauen ich habe 39 stück schon mal vorbereitet und hier reingeschmissen die ich nicht mehr brauche das ist tatsächlich ein bisschen interessant wenn man das macht da merkt man erstmal was man auch so auf lager hat daraus kriege ich 13 reliqui jahre also das ist ein drittel von der menge der artefakte die wir reinstecken genau wie man altes hofritual das andere wären halt dass beides werden setzt die man vom boss gegnern kriegt und das ist glaube ich das etwas mal alternativ zum alten hofritual in dem artefakt schreien bekommen kann sowie opfern die artefakte jetzt einmal und schauen dass wir bekommen kostet allerdings kostet bei der wei kein mora zumindest wird das hier nicht angezeigt ziemlich entspannt feiere ich und jetzt kommt der spannende moment drei kälche drei federn zwei blumen 45 sandohren okay wir schauen uns ganz kurz die dinge an krio schadens bonus lp nicht so spannend dann haben wir hier elektro schadens bonus lp schaden angriff und dann auch noch hier mit spezialfähigkeiten erhöhten schaden super set super geiles ding perfekt dann haben wir hier angriff lp aufladerate immer eigentlich mal safe das mal ist nicht so krass aber selbst immer nicht so gut das ist auch nicht so gut das hier konnte man schon mal safe weil es drei nette status werte hat genau und sind wir bei den beiden blumen auch für den arsch auch für den arsch ich hätte fast gedacht man kriegt immer die vierste hat dinge weil wir hier am anfang ach so gefühlt nur ja das kam mir so vor als hätten wir mehrfach vier status werte bekommen tatsächlich krieg man einfach random artefakte wie es aussieht aber ja wie sie sehen sind da teilweise ganz gute dinge dabei dass sie wären jetzt theoretisch 1 2 3 4 5 6 artefakt runs mit angereichertem hart also wir haben quasi jetzt investiert sechs mal 40 240 hart das ist schon nicht schlecht der preis den wir da kriegen ja schon eine gute menge die chance bessere artefakte zu kriegen ist schon da ja aber wie gesagt leider auch hier nicht so viel glück krit schaden krit treffer mit lp kombiniert könnte man vielleicht noch mal nen bennett geben ich weiß es noch nicht keine ahnung lp ja kann man auch mal nehmen ja das ist tatsächlich alles was man dazu sagen kann also ich empfehle diese funktion ganz klar euch allen ihr sicher schon die meisten ganz viele pfeifste artefakte angesammelt angehäuft die könnte jetzt hier investieren und bekommt dann die chance auf ein neues besseres artefakt also von daher probiert es aus es kostet kein mora man investiert eigentlich im endeffekt gar nichts man wirft scheiße rein und kriegt mit glück ein bisschen gold raus also warum nicht ausprobieren ja das wäre es schon ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe es bringt euch was lasst gern ein leichter oder auch ein follow wenn ihr mehr über genshin impact oder andere spiele wissen wollt also haut rein bis zum nächsten mal ciao